Leute, jetzt sind wir wieder auf Ava Benni. Die Stücke sollten oben sein. Das geht doch nicht, dass er einfach was bei mir verändert. Ich geh doch auch nicht in seine Base rein, stell da irgendeinen Scheiß um. Man kann ja den Server mal so umändern, dass da nur ich und die hier rauf können. Die Stufe von readiness. Das entspricht doch einfach immer an Letzt, wenn wir ab zueli, deine hàngje hinter demaatste� działa. Dann könnt ihr cope. Du kannst nicht. örenine Warte, ich hör mal ab. Zytettet, wir leņesse am Zimmer. Die Stücke habe dann Eigentum eine Fertig unter den Ferguson, Ich klicke Eigentum! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich hoffe mir noch mal von draußen ich habe auch meine ich will nicht im gefängnis sein das ist ein gefängnis ein gefängnis das lehrer sind ganz normale schule hier seht ihr das leuchtet ich muss das nur jetzt so bauen dass wenn das dort in drinnen leuchtet ich kenne mich gut das ist nicht gerade das beste eine blue redstone fackel ich bin ich mein plan diesmal kaputt wer jetzt irgendwas baut ich weiß es eigentlich selber nicht ich weiß es nicht was ich hier und ich dachte ich bin ich gehe dass ich das licht so geht doch ich weiß ich weiß es nur ich weiß es nicht ich weiß es ist doch ich weiß auch also alles ich weiß ich weiß ich weiß cool party party so kann man das immer anschließen wenn man will dass die leute denken so muss man das anschließt allgemein eben die baut man das so macht ich verstehe das nicht wow so Schmerz, 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 schmerz. ich kann kein deutsch das auto so wie also tot auch bringt ein paar stecken jetzt habe ich sonst jetzt habe ich mir sonst den ganzen müll geholt ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so wollte ich das. Achso, ja, ich brauche hier noch das Licht. Ja, ich muss das Licht jetzt wieder ausschalten. Ich bin irgendwie gewöhnt, das Licht immer anzulassen. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Ich kann die krasseste Lächste versorgen. Der mir einfach das hier einfach so durchgeht. Okay. 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 Ich muss hier noch ganz schnell was bauen. Okay. 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 ich sag einfach mal ja auch wenn ich kaum was gesehen habe es war wirklich schön ach du scheiße so mal kann ich doch nicht machen meine polizeistition wunderschön das kann er doch nicht immer machen immer wenn ich nicht dahin gucke wo brauche ich mich jetzt wenn wir mal hier rum basteln ist ja schön wie habe ich das jetzt noch mal gebaut ja jungen gigantische ultra explosion da müssen junger passt das dürfte nicht reichen ich stelle meine kamera auf die position da habe ich selber sehe was passiert und ich gehe kurz und hol mir was zu essen also gleich kommen wir sicherlich lecks aber ich gehe kurz vor mir was zu essen bis gleich okay 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 sagt das essen ist gleich fertig was ist vor keine ahnung ich habe doch was aus gut mit 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 ich liebe Käse auflaufen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR stress mit meiner freundin also weiß auch nicht was sonst oder ja hier macht was du willst ich brauche immer noch mal den Fischer Ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Ich hoffe, ich werde es noch etwas näher essen. echt lecker nur das so dass ich weiter Oh! man bekommt man auch hier beim verhunger schaden ich hab gar nicht mal gesehen dass ich hunger habe ich erst einfach in real life müssen wir mal kurz bei der wahrscheinlichkeit von ja Okay. Warte, was würde passieren, wenn ich im Schreibe? Ich esse gerade. Man sieht ja gar nix. Noch mal kurz Licht ins Dunkle bringen. Da hätte ich den Bauern müssen. Entschuldigung. Oh, der kann doch nicht sein. Ich muss es jetzt noch verlassen. Einmal rauf. Ja, ich schaue Bastik. Das Projekt ist auch so eine Anlehnung an ihn. Oh, der ist schön noch mal Käse drin. Die Leute, habt Spaß und PvP. PvP heißt doch, dass man kämpfen kann. Das ist ein Skelett. Grund des Aufenthaltes. Wir sollten dringend mal das Schild erneuern. Ja, die ist ja jetzt mein Problem. Das ist mein Problem. Hier gucken wir noch Bastik, HG, wenn ich aus Versehen noch weiter rumtippe. Boah, Digga, ist das ja zu scharf im Unterland. Was ist da drin gewesen? Pfeffer und Chili? Nur Chili. Junge, wie soll ich denn den Titel für den Gebäuden mit Raketen? Wenn wir überhaupt jetzt gerade gar nix mehr mit Raketen machen. Sag mal, wo ist überhaupt meine ganze Erde hin? Sag mal, wo ist das? ich wusste was ich kann wir schauen wir jetzt hier auf diesem blog ich werde wieder landen es mich vorwärts bin ich springe und gehe vorwärts ich werde wieder landen so es sieht doch viel besser aus irgend so ein scheiß kasten der da rumschwebt wo man nicht mehr wissen sollte was es ist das macht einen sauer naa hör mal ich weiß nicht wenn er mal ein problem hat ja ja jetzt kann man von innen triggern dann noch Vielen Dank. Nein, aber stimmt jetzt nicht. Eine Sekunde, hä? Das geht dann ja gar nicht. Ja, wäre ja auch blöd, wenn die Gefangenen dann hier das Licht von hier sehen. Ach, da baue ich dann einfach Holz vor. Junge, aber Jimmt, der mit seinen Redstone kennt nicht. Ihr hört schon, welchen Ton ich das war? Oh, ne. Der Server leckt. Sag mal, was macht Jimmt da die ganze Zeit? Ne, der mit seinem Redstone kennt, ist nur, wo er was in meiner Polizeistation war. Oder in meinem Laden. Aber es ist noch sein Server. Aber er weiß nicht, wie sehr das mich stresst. Nein. 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 Ja genau, wo davon Homespot. Was heißt Homespot eigentlich? Was ist das Hotspot? Wahrscheinlich wissen das gar keine Leute. Ich weiß es nämlich selber gar nicht. Aber würde mich ganz doll interessieren. Und verstehe Mädchen nicht. Na gut, warum sollte man die auch verstehen? Die sagen etwas, was nicht stimmt. Wahrscheinlich war es wieder die aus der 15, das Name ich nicht sagen darf, aber gerne sagen würde. Das war wahrscheinlich wie die gleiche Dumme. Leider habe ich jetzt keine Schleimelbeleidigung zu sagen. Die war es dann wahrscheinlich nicht. Da habe ich immer gleich, dass nicht war. Für mich wäre es aber nicht schlimm. Ich weiß, die hat kein Handy und kann mich nicht abonnieren. Die hat mich schon mal mit meiner Freundin auseinandergebracht. Wahrscheinlich war es... Oder? Ne. Sie war es nicht. Ne. Oder? So mal, was macht er hier jetzt? Wunderschön. Oh, ich hatte es nicht aktiviert. Ich habe gar nichts gesehen. Ich auch nicht. Okay, das reicht mir jetzt mal im Jumping One. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt mal im Jumping One. Vielen Dank. Der hat eine einfache Kiste gar nicht? Okay. Nee, jetzt nicht. Ich kann mir nicht die Rüstung verleihen. Perfekt. Okay, jetzt mache ich das Job. Hey, hu hu, ihr dachtet auch alle. Vielleicht gehe ich da durch. Ich werde so hart sterben. Okay. Wir wollen die Rüstung her, die Rüstung her zu können. Ja, das hier war gerade auch bei mir. Junge, das ist ein Jumping One, das geht jetzt mit den schwarzen Tränken. Nein, ich darf nicht rumspringen. Ey Junge, ich bin ja hier perfekt gespawnt. Ich wohne jetzt einen schwarzen Tränken. Oder ich habe nur einen. Ich habe einen Unsterblichkeit drin. Was ist das? Damit mache ich jetzt die Shampoo. Der wird so hart aus. 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 Au. 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 Ich habe ihn mir doch gegeben. Als wenn man das mit so einer Dummheit, wie ich bis jetzt so hinbekommen könnte. Mit den ganzen Legs, die ich hier habe. Ich habe ihn jetzt noch ein bisschen geflogen. Der hat mir wieder zu hart. Ich habe es nicht mehr geflogen. Ich habe den Gl滿ys, die ich ausgeflogen. Kai, ich habe ihn schon geflogen. Ich habe einfach ihrbeitet. Und dann ist das so hart. Und dann ist das so hart, was ich verletzen kann. Da ist es so hart. Ich habe ihn nicht mehr geflogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, never. It's been here close. We're next to her, Trinny. So kann man das auch machen. So kann man das auch machen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, wiederbeleben. Ich hätte diesen Unsterblichkeitsdrang nutzen müssen. Damit wäre ich nämlich unsterblich. So kann man das auch machen. So kann man das auch machen. So kann man das auch machen. Au! Au! Nein! Ich bin doch schon wieder gestorben. Das kann doch nicht sein, ich bringe den Glas schon. Was bekomme ich überhaupt, wenn ich das schaffe? Ich bekomme doch eher alles von ihm. Das muss ich doch eigentlich gar nicht machen. Au! 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 Ich hoffe, dass wir mitmachen. Au! No. Au! Einem Herz. Denn die Laufung. Au! Ja, macht zwei Herzen. Warum leckt das so? Oh! 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 Ich habe es geschafft. Ich wollte es schon sagen, geschafft. Was, dann komme ich jetzt. Besser. Allgemein, ich dachte gerade schon, dass wir ein Diablog ist. Bäckerei. Da, da. Gibt es hier auch vielleicht ganzen Kuchen? Wie der Typ mir hat, wenn er beobachtet und er Noten gibt. Ich kenne das Teil auch noch. Was ist da noch? Telefon. Was ist das? Tonziegel. Wie brauchst du? Ich dachte, die ganzen Jahre zu Tüge und Spiegler. Einfach mal die Himmelsang. Ich habe gar keine Fenster. Ich bin so warm. dass sie dann getriggert werden und dann Das ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Scheiße! Wo ist denn der Schutz? Ich weiß, wo wir nicht liefen. Wo ist denn der Schutz? Ich weiß, wie wir nicht liefen. Ist das ein Schuss? Ich weiß, wie wir nicht liefen. Jetzt hab ich so. Als ob der Typ einen Kuchen einsam muss. und dann ich lerne deutsch und dann ich lerne deutsch das ist meine unendliche form ja dann sollte auch jeder denken das ist meine unendliche form wenn das nicht funktioniert okay dann bleibe ich jetzt auch das video das ist auch ein optimistisch tschüss tschüss tschüss